... Ich verpasse den einen immer! OOGH! Ich hätte gerne einen Akku oder sowas. Bitte. Okay, das war gut. Was schießt du jetzt? Perfix doch mal, Prospectico! Please, mach ein bisschen schneller. Okay, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall schon mal hin. Okay. Ach, jetzt macht er seine Kacke hier. Okay, jetzt noch einmal. Ich weiß aber nicht, was er jetzt tut. Gut. Ich finde es auch geil, dass das Opening Deutsch ist, aber die Sounds von Cortex in Englisch. Ja, da hatten sie wahrscheinlich keinen Bock mehr zu synchronisieren. So. Ich möchte gerne überspringen. Ist das eine Level eigentlich so ein Wildschwein-Level? Weil ich meine, da hätte noch eins gefehlt. Oder nicht? So. Die beiden Schlüssel-Level machen wir jetzt noch. Nein, nicht da lang. Links. Da. Fumbling in the dark. Noch so ein Dunkelheits-Level. Ja, Pascal. Was ist los? Was soll ich lassen? Ich mach das hier so, wie ich das will. Das bleibt hier alles so, wie es hier ist. Mir wird nicht dran gerüttelt, ob du hier bist oder nicht. Singen. Das war doch nicht gesungen. Ja, schön. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Beschert. Gab's Bescherung? Kann ich hier überhaupt alles holen? Ich weiß, dass das beschwert heißen sollte. Jedes Mal die Kackkisten hinten holen, ne? Und jedes Mal da mal drauf gehen. Ich will nur 500 Schlägen. Was schon. Boah! Beschwert bescheren! Manchmal ist die Akkumaske auch einen Ticken im Weg. Ah! Oh Gott! Jedes Mal der gleiche Fick, ey! Kann ich mal ein Level irgendwie vernünftig laufen? Oh nein, es ist dunkel! Aber ich mag das Geräusch der Akkumaske! Ein Checkpoint ist jeder Wahnsinn! Toll! Seit wann springen die? Seit wann springen die? Ein Checkpoint! Wof! Wof! Wow! Wof! 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 karl mach du da erst mal hol du da erst mal deine hundert prozent halte akku akku immer bei dir hab ich das weiß ich nicht so jetzt musste ich warten die habe ich bestimmt nicht geholt stimmt die kiste mit der habe ich nicht gerechnet das war gut so jetzt muss ich noch mal hier okay okay So, jetzt haben wir noch das andere. Ist das ein Wildschwein-Level? Ich bin ein bisschen dunkel. Und man sieht den Greenscreen! Man sieht ihn. Schwächelt langsam etwas, ja? Moment. Haas ist heiß. Jetzt ist da zwar so ein helles... Jetzt ist, glaube ich, wieder besser, ne? So. Ja, was haben wir denn hier? Warhol! Warhol! Warholhock. Jetzt, wo es dunkel wird, können wir nochmal gucken. Ja, das sieht etwas besser aus jetzt mit dem Greenscreen. Ja, wo es gerade so dunkel war, da hat man das ganz gut gesehen. Irgendwie bin ich froh, jetzt gerade so ein Level zum Ende zu haben. Möge! Möge! Bevor die Clowns-Nasen-Tröte. Was ein Wort. Clowns-Nasen-Tröte. Penis, Penis. Und die Clowns-Nasen-Tröte. Die Clowns-Nasen-Tröte. Das ging doch mal schön. Okay, wie früh haben wir? Halber. Dann würde ich sagen, abspeichern müssen wir ja glaube ich nicht. Oder? L2. Ja, das ist da unten unserer. Gut. Dann müssen wir nicht abspeichern. Dann würde ich sagen, mach ich hier erstmal aus.